Eben und die Frau von Peter ist schon Hexenkräuter und innerhalb von zwei Jahren, mhm. Hey Marie, geh da vom Wasser weg. Marie! Marie! Okay. Ist doch zu kalt. Wirst du krank, kriegst du ordentlich Asentzündung und und und. Das dachte ich mir auch. Marie, aufhör jetzt. Ey, du hörst da eigentlich schlecht. Ey, du Freundin, ist jetzt wirklich mal Schluss. Aber ich war ein Zauberbrand vor euch. 10 bis 3, dann ist Schluss. 1. Nix darf ich. Hör jetzt auf zu weinen. Zudem hab ich gesagt, sieh ne Jacke an. Ach, hi. Na, alles gut? Ich bin so doof. Also, Freundin, jetzt kannst du rennen. Ich bin deinem Mann.